Da habt ihr in Podcast Nummer 13 und diesmal habe ich den Banger Redfist Flag dabei. Es ist schön, wie du hier so sein kannst, Zora. Vor allem nicht ohne diesen Aussehen, der ständig dazwischen redet. Keine Angst. Hey, aber keine Angst. Weshalb du schon als Kind den Umgang mit Waffen und Hand-zu-Hand-Kampf erlernt hast. Hat in dem Prinzip auch niemand behauptet, aber das hier sein Kampf ist. Überleg dir besser, was du sagst. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an und zwar kannst du mal als Gast diesmal beginnen und erklär mal gleich, was es auf sich hat mit deinem Charakter. Batgirl, aka Barbara Gordon, ist ein Charakter von DC-Universum. Sie wurde von Jolo Schwarz erschaffen, um einen weiblichen Charakter in der zurzeit laufenden Batman-TV-Serie einzufügen. Von der Schien zwischen 1967 und 1988 in der Detective-Comics-Serie Nummer 359. Barbara Gordon ist die Tochter von Commissioner Gordon. Sie hat erst zuerst ihre Bekleidung nicht zur Bebrechungsbekämpfung hergestellt, sondern um einen Kostümball aufzutreten. Barbara Gordon hatte dann aber die Entführung von Bruce Wayne mitbekommen und verhindert. Batman war dann so von Barbara Gordons Kampf von Ermittlungstechniken beeindruckt, dass er sie in sein Team eingeladen hatte. Jahre später wurde Barbara Gordon in der Comic-Buch-Serie The Killing Joke von dem Joker in der Wirbelsäule geschossen, weshalb sie sich unter der Hüfte nicht mehr bewegen konnte. Danach wurde Barbara Gordon zu Orkel, die Informationsbeschafferin der Bat-Familie. Aber seit dem Neustart von The New 52 im Jahre 2011 wurde Barbara Gordon wieder Batgirl. Und als Konkurrenten haben wir noch jemanden aus der Bat-Family. Und zwar nämlich Jason Todd, der dritte Robin. Seine Erfinder sind Gary Conway und später, also die Erfinder von seiner Rolle als Red Hood, sind Jude Winnick und Doug Mankey. Er gilt als aggressiver Sidekick und nimmt sich kein Blatt von dem Mund. Das ist auch der Grund, warum er bei vielen Fans nicht gerade beliebt war, aber dazu komme ich gleich. In der Batman-Storyline Death in the Family sucht er nach seiner richtigen Mutter, Fancy auch. Sie lieferte ihn leider an den Joker aus, der dann die beiden fesselte und in ein Haus platzierte mit einer Bombe. Und dann konnten halt die Leser entscheiden, ob die Bombe explodiert oder nicht. Und zu über 50% stimmten die Leute für seinen Tod, weswegen dann die Bombe hochging und er dann in Ausgabe 427 starb. Einige von euch kennen hoffentlich Superboy Prime, der in einigen DC-Events für richtig viel Ärger sorgte. Er reiste nämlich von einer Realität zur anderen, wodurch die Hauptrealität verändert wurde und Jason dann wieder lebendig wurde. Jason Todd wurde dann wiederbelebt und verletzt, kämpfte sich aus einem Grab, wurde dann am Straßenrand aufgefunden und kam ins Krankenhaus. Von dort aus floh er aber und wurde dann von Tyler A. Gould gefunden. Durch den Jungbrunnen von Ray Shagul wurde er dann wieder geheilt und auch etwas jünger. Dann fand er heraus, dass Batman den Joker nur ins Gefängnis schickte und nicht ihn tötete, wodurch er total wütend auf Batman wurde. Und auf der Suche nach dem Joker reiste er dabei um die Welt, ähnlich wie Batman. Lernte dabei einiges über Überleben, Wissenschaft, Nahkampf und währenddessen wurde der nächste Robin gekürt, Tim Drake. Genau wie Batman damals die Fledermaus für sein Kostümmotiv auswählte, weil er davor Angst hatte, so auch Jason Todd. Der wurde nämlich zum Red Hood und der Red Hood war davor nochmal eine andere Figur im DC-Universum und zwar nämlich ein Schurke. Zunächst war er auch nur ein Schurke, später dann ein Anti-Held. Und wer mehr über seine Schurkenzeit wissen will, der sollte auf jeden Fall Under the Red Hood lesen. Und wie wär's, wenn du einfach mal das Wichtigste noch dann erwähnst? Ähm, das ist das Wichtigste. Nein, nein, noch das Allerwichtigste. Ähm, das war alles. Sie hat ihre eigene Serie, die heißt Batgirl, die hat schon mittlerweile 40 Ausgaben, die ist ongoing. Red Hood ist vertreten in allen Bat-Serien, aber ganz besonders stark hat er mitgewirkt in Batman Eternal und Batman and Robin, als auch der Batman-Serie und Detective Comics. In Batman Superman, also der Crossover-Reihe, die gerade auch läuft, hat er zu Beginn eine größere Rolle gehabt, aber eben halt nur zu Beginn. So hat er auch mitgespielt in vielen Serien der anderen Mitgliedern der Bat-Family, als auch Catwoman und Nightwing. Außerdem hat er noch seine eigene Serie, die wahrscheinlich jetzt die bekannteste von ihnen ist, und zwar nämlich Red Hood and the Outlaws. Die Outlaws sind für mich persönlich eine Mischung aus Sidekicks und Anti-Helden. Und gleichzeitig auch irgendwie eine Mischung aus Teen Titans und Suicide Squad. So, Red Fist Black, was hast du denn für andere Medien? Und da hätten wir zuerst die Batman-Serie von den 60ern, wo sie zuerst in einer Anwaltskanzlei auftrat. Dann erhalten wir Batman, der Animated-Series, wo sie ab das falsche Staffel Batgirl wird. Dann Batman and Mr. Freeze. The New Batman Adventures. Dann Gotham Girls, eine Miniserie, wo sie auch mitspielte. Und Batman Mystery of the Batwoman. Danach hatten wir Justice League und Unlimited, wo sie einige Cameos hatte. Batman Beyond und Return of the Joker, wo sie jetzt die neue Kommissioner ist. Dann die Serie The Batman, was übrigens der schlechteste in der meines Zeiten ist, wo sie aber allerdings nicht Batgirl, sondern Batwoman heißt. Dann kam sie in Batman The Brave and the Bold in etwa zwei Episoden auf. Danach in Batman Under the Red Hood, wo Red Hood die Begrüppelung von Batgirl erwähnt hat. Dann bei Young Justice, danach bei Super Best Friends, was auch eine Miniserie wie Gotham Girls ist. Und zum Schluss zu bewährten Batman, wo Barbara erschienen ist, aber es noch nicht erschienen ist, ob sie Batgirl wird oder nicht. Danach die Serie Birds of Prey, wo sie zuerst als Oracle erschien, aber durch einen bestimmten Apparat auch als Batgirl auftreten kann. Und zum Schluss hätten wir Batman Begins und The Dark Knight, wo sie eigentlich nur erwähnt wird als Gordons Tochter. Und zum Schluss hätten wir die ganzen Videospiele. Selbst hätten wir da Batman Vengeance. Dort gibt sie Batman-Informationen von außerhalb. Danach kommt Batman, Reis of Sin Suu, wo sie ein spielbarer Charakter ist. Danach kommen Arkham Asylum und City, wo sie als Oracle Batman aushilft. Dann in dem Spiel Young Justice Legacy, wo sie ein spielbarer Charakter ist. Danach kam DC Universe Online, wo sie als Oracle als Tutorial-Einheit gilt. Und zum Schluss kommt Injustice, Gautamangos, wo sie ein DLC-Charakter ist. Dann kommen wir nämlich zum Rotkäppchen meinerseits. Und das wären unter anderem, wie vorher erwähnt, Batman Under the Red Hood. Das war eine Verfilmung zu der Comic-Reihe. Dann The New Batman Adventures, wo es ein Cartoon war. Teen Titans, Birds of Prey, Teen Titans Go. Also in den ganzen Cartoons oder Serien wurde der erwähnt. Brave and the Bold und Young Justice hat er sogar einen Kami-Auftritt gehabt. Im Spiel Arkham City war er auch noch dabei, genau wie in Injustice, wie jeder andere DC-Charakter. Und zum Schluss nochmal zwei Sachen, die indirekt mit ihm was zu tun haben. Und zwar einerseits gab es ja die Dark Knight-Trilogie. Und da gab es ja diesen Polizisten gespielt von Joseph Leavitt-Gordon. Und er hatte als zweiten Vornamen Robin. Leute spekulieren, dass wenn es weitergehen würde, dass er dann zum Robin werden würde. Die Sache sieht, dass viele Leute nicht wissen, ob er dann zu Nightwing wird, aka DeGrayson oder Red Hood, aka Jason Todd. Allerdings weisen viele Fans und Zuschauer allgemein das Verhalten von Jason zu, weil er ja so aggressiv ist, neugierig und arrogant. Was zu DeGrayson gar nicht passt. Deswegen wäre das halt in Theorie, ob er halt Jason Todd wäre. Und das andere ist, da kann ich nur zustimmen, viele Fans wünschen sich als perfekte, ideale Rolle für Jason Todd, wenn es eine Verfilmung geben würde. Oder wo irgendwas, wo er mitspielt. Dass Jensen Ackles den spielen soll, den ihr unter anderem als Dean Winchester aus Supernatural kennt. Also ich finde schon allein das Auftreten, die Stimme und allgemein der Charakter, wobei er viele Ähnlichkeiten hat mit Dean Winchester, das könnte gut hinbekommen. Also ich glaube, das könnte gut klappen. Jensen Ackles wäre für mich so die perfekte Rolle für Jason Todd. So, wer hat was gegen Batgirl? Sag mal an. Also dann hätten wir auf jeden Fall der Joker, weil ihr wisst schon, dann James Gordon Jr., ihr Bruder, zufälligerweise Jason Todd. Also ich komme mal zu den Schurken meinerseits. Und zwar genau wie bei Batgirl ist es so, dass Red Hood sich einfach mit jedem anlegt, der auch einen Feind darstellt für Batman und für die Batfamily, aber das ist klar. Aber am Anfang war das Batman direkt selbst, weil er selbst ja ein Schurke war. Genauso Tim Drake. Er hat, als Tim Drake das erste Mal gesehen hat, sich mit ihm zu stritten und wollte sich mit ihm einfach prügeln und ihn einfach sogar töten. Weil einfach so einen neuen Robin einzustellen als Ersatz für ihn. Da war er halt so ein bisschen angepisst, weißt du? Und später kam dann noch dazu, als das besondere Schurken sowieso der Joker, weil er ja auch Jason auf dem Gewissen hat. In der Zeit, als der Red Hood in der City war und einfach alle Drogengeschäfte an sich zog, beziehungsweise die Macht über Gotham haben wollte, zankte er sich irgendwie dabei mit Mr. Freeze. Genauso in Black Mask. Weil Black Mask, ähnlich wie der Kingpin im Marvel-Universum ja, der große Gangster-Boss ist. Und wenn auf einmal irgendein so ein Anti-Held kommt, der dann irgendwie versucht, alle Geschäfte an sich zu reißen, dann ist man natürlich voll angepisst. Und das ist verständlich von Black Mask. Und zuletzt Green Arrow, auch aus der Zeit, wo er noch eher kein Anti-Held war, sondern ist ein Schurke, kam Green Arrow die ganze Zeit in die Quere und dann haben die sich halt geprügelt oder gestritten, was auch immer. Genau wie beim letzten Podcast haben wir auch wieder das Problem, dass wir nicht wirklich spezielle Schwächen haben. Klar kann man sagen, Jason Todd wird sehr schnell wütend und sowas, aber das hat er sich ja abtrainiert. Und ansonsten finde ich, hat Batgirl jetzt auch nicht so ganz krasse Schwächen. Außerdem sind das normale Menschen, man kann ja sagen, die können durch Kugeln, Schwerter und sowas verletzt werden, aber das lasse ich jetzt mal weg. Du kannst als Gast anfangen mit den Stärken. Als erster Stärken hängen wir die Intelligenz. Sie wurde ehemals sehr talentiert gezeigt. Als Orgel hat sie sich ein großes Computerwissen angeeignet. Sie hat außerdem eine große Datenbank von verschiedenen Helden und Schurken, welche zur Analyse dienen. Sie beherrscht auch noch unbewaffnete Kampftechniken. Nur als Batgirl als er als Orgel kann sie sich verteidigen. Auch im Rollstuhl. Ja, auch im Rollstuhl. Nice. Sie beherrscht Boxing, Kung-Fu, Stockkampf und vieles mehr. Und sie ist auch noch sehr sensibel. Sie kann sich an andere Personen hineinversetzen. Und was ist ihr das mit dem Kampf? Sie kann die Gefühle von diesen Schurken mehr verstehen und kann sie vielleicht... Dazu zu bringen, dass man lieber redet und nicht kämpft oder was? Ja. Ohne Gewaltprobleme lösen, gell? Ich kann zum Beispiel kurz verwirren und dann diesen Moment... Wie will die bitte verwirren mit Genjutsu oder was? Ja. Ich dachte auch, dass sie halt in diesem Bereich halt eben einzigartig in der Bettfamilie ist. Wie meinst du einzigartig, dass sie Titten hat? Nein. Was halt eben diese Schurken am besten verstehen kann von ihnen und dass sie von der Bettfamilie am hilfsbereitesten ist. Ja, okay, ja, da kann ich zustimmen. Willst du nichts sagen zu ihren Gadgets? Hier bist du jetzt auch noch die ganzen Standard-Battman-Gadgets. Wir haben hier einen Experten unter uns. Alles klar, wir haben den Red Hood. Ich mach einfach mal. Auch wenn sich das wieder nach viel anhört, es ist alles in Gruppen unterteilt. Keine Sorge. Und zwar erstmal zu seiner Grundausbildung. Er ist ja ein Robin. Das bedeutet, er hat eine Ausbildung bei Batman. Also eine Kampfausbildung. Aber in der Selbstverteidigung. Dazu hat er seine geistigen Fähigkeiten gestärkt. Also Kriminalkunde, Wissenschaft, Sprachengeschichte, Mathe, Medizin. Das Standard, was du von Batman kriegst. Später hat er seinen Horizont erweitert. In Sachen Mechanik, Ingenieurwesen, Chemie, also Gifte herstellen und Gegengifte. Waffenexperte, Nahkampf und besonders Schusswaffen. Er war ja im Jungbrunnen. Das bedeutet, dass seine menschlichen Grenzen, wie bei Ray Shagul, etwas erweitert wurden. Das heißt Regeneration, Ausdauer und Schmerzgrenze. Nicht so krass übertrieben, dass er dadurch zum Superwesen wird. Aber auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt hat. Er ist noch dazu, wie man es einfach von ihnen kennt, ein Meister-Nahkampf. Und einer der besten Kämpfer im DC-Universum. Der schon, ich sag mal, fast auf Batman-Niveau ist. Und das ist sehr krass. Das gliedert sich dadurch, dass er verschiedene Kampfkünze perfektioniert hat. Unter anderem wie Aikido, Kung-Fu, Kapoeira, Karate, Ninjutsu, Kickbox, Taekwondo und Sabate. Und dann zum Schluss sein Equipment. Das, was er halt standardgemäß dabei hat, ist seine Maske. Auch wenn es aussieht, als würde er dadurch nichts sehen können, ist es das komplette Gegenteil. Er kann natürlich mehr sehen, als überhaupt jemand. Und natürlich zum Ersten, die Maske schützt sein Gesicht, hat dazu noch eine Nachtsicht, kann Fingerabdrücke scannen. Ist verbunden mit der Bat-Datenbank. Das heißt, kann jederzeit auf Daten zugreifen, ähnlich wie Siri oder Google. Und erfüllt ähnliche Zwecke wie die Batman-Maske. Das heißt auch Infrarotstrahlung oder gucken, was radioaktiv ist. Und vielleicht dann auch Analyse von Gegenständen und Körpern. Wenn er das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, als App sich installiert. Und ganz bekannt sind seine Doppelpistolen. Und zwar nämlich immer Kimbo-Style. Bomben, Shurikens hat auch manchmal dabei, so total Naruto-like. Und er hat dann noch einen Enterhaken, mit dem er sich von Gebäude zu Gebäude schwingen kann, wie Spider-Man. Und ja, das ist Jason Thorne. Diesmal beginnen wir mit euren Kommentaren. Und zwar nämlich meinen Kollegen, der in der Außenzeit 61. Und zwar, Jason ist ein eiskalter Hund. Und Barbara, eine hilfsbereite Schachzüglerin. Ich denke, Gleichstand, wenn sie sich beide nicht töten würden. Anders war es Jason. Ja, da muss ich recht geben. Jason ist an sich skrupellos aufs übelste Korn. Und auch wenn, wie du sagst, Bad Girl total hilfsbereit ist und weiß, wie man sich an andere reindenkt. So trotzdem ist Jason total gnadenlos. Nun, es ist durchaus wahrscheinlicher, dass Jason mit Töten anfangen würde als Barbara. Aber andernfalls weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen kann. Würdest du den Kommentar recht geben? Das stimme ich schon zu. Okay, das stimme ich jetzt mal hin. Einer meiner Lieblinge, Finn, hat mir geschrieben. Weil Bad Girl und Red Hood die gleiche Kampftechnik und Ausrüstung haben, hat keine genaue Vorteile. Aber Red Hood ist ein Anti-Held und deshalb der härteste Badass. Also Red Hood. Das unterstreicht eigentlich nochmal den Kommentar von den Außenseiter 61, weil es läuft wieder aus der Bühne hinaus. Er ist gnadenlos, sie nicht und bla bla. Aber hier sagt er nur aus, dass Red Hood ein Vorteil hat, weil er ein Anti-Held ist. Das ist so etwas anders. Das wäre so, als ob... Das ist ein Vorteil, weil Bad Girl ist ja wirklich dieser Standardheld, dass sie Acht gibt, dass sie aufpasst, dass nicht Bürger verletzt werden. Denn Anti-Helden tun das nochmal, die nehmen sich kein Blatt vor den Mund, das ist es halt. Aber in dieser Fall ist das ja kein Problem und tot. Das heißt, selbst solche Leute, die ihn normalerweise nicht töten würden, müssen dann eventuell töten. Richtig? Ja, das heißt, der vorherige Kommentar würde dann das nicht wirklich bestätigen. Marvin, auch wenn ich deine Rechreibung nicht ganz verstanden habe, habe ich doch trotzdem verstanden, was du aber sagen wolltest. Ich hoffe, das ist richtig. Und zwar, so wie ich gesehen habe, hat Barbara ein großes Wissen über Computer und eine fast so gute Ausbildung wie Batman. Ja, sie war bei Batman in der Ausbildung, was denn sonst wie der andere aus der Bad Family. Als auch Red Hood. Ich würde sagen, beide gewinnen, aber Bad Girl würde die Oberhand behalten. Wenn beide aber gehen würde, dann macht es ja keinen Sinn. Ja, aber hier bezieht es sich nur, dass Barbara hier in diesem Fall eine, indem sie in Batman in der Ausbildung noch eine Computerausbildung hat. Das stimmt, aber ich meine, was würde dir das im Kampf nützen? Und sie könnte vielleicht einen Roboter auf ihn werfen. Was, ein Roboter oder was? Ja. Die spielt hier so einen, macht dann irgendwie so Power Ranger, tippt hier in so eine Uhr ein, dann kommt da so ein richtiger Gundam oder was? Und stampft dann auf Red Hood ein oder was? Ja. Aber auf jeden Fall, da muss ich dir zugeben, die hat ein Computerwissen, aber ich weiß halt nicht, was es jetzt nutzen würde. Deswegen würde ich das nicht als Punkt zählen. Okay. Verstehst du? Das war ein Witz. Gaming Master, du sagst also, gutes Video. Das war jetzt noch mein letztes Video bezogen, aber ich mache immer gute Videos. Ich würde sagen, sie sind gleich stark, weil die beiden die gleiche Kampftechnik haben. Nicht ganz. Das Einzige, wo ich Vorteile sehe, sind die Waffen. Aha. Also von den Waffen her finde ich Bad Girl stärker. Hä? Darum sage ich, Bad Girl würde gehen. Wieso von den Waffen? Red Hood ist doch für die dafür bekannt, dass er übertrieben eine krasse Schusswaffe hat. Ja, und Bad Girl hatte, glaube ich, keine solche Art Schusswaffen. Aber ich muss, ich bin Bad Girl jetzt nicht so vertraut wie du. Du bist ja der Experte. So ist als Vergleich. Red Hood hat in meinen Augen immer schon dieses krasse Wissen gehabt, dass er immer so Schusswaffen und auch vielleicht Schwerterklingen dabei hat. Bad Girl hat dafür aber irgendwie viel mehr Gadgets bei sich. Ja, das ist schon etwas Technisches. Also sie nutzt meistens ihr enormes Wissen umzukämpfen, nicht ihre Kampferfahrung. Aber ich bin überlegen, wie man jetzt Gadgets als Waffen interpretieren kann. Wie würdest du es jetzt vergleichen? Schusswaffen gegen Gadgets? Ja, es kommt halt auf die Funktion an. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Red Hood läuft mit einer Klinge auf die zu. Wenn die dann eine Blitzbombe werft, kann die ihn ja vielleicht blenden, ja, aber... Das ist eben die Sache, denn ich bin der Meinung, dass Bad Girl sehr viel Spielklau ist als der Red Hood. Weshalb sie ihre Gadgets sehr effizienter einsetzen kann als Red Hoods Waffen. Da kann ich dich ganz zustimmen, das ist schon eine Meinungsverschiedenheit. Beide sind halt in ihrem Fachgebiet krass und... Aber wenn die sich dann messen würden, will ich mal überlegen, was halt mehr einem nützen würde. Ob du jetzt halt wirklich eine Schusswaffe in der Hand hast, um auf die Gegner zu schießen. Oder etwas, was ihn betäubt oder außer Gefecht setzen soll, weißt du? Bad Girl, die wurde die Wahlsituation von Anfang an immer talentiert. Das heißt, dass sie immer einen großen Fang hatte zur Intelligenz. Da kann ich dir nicht ganz recht geben, weil man sagt ja, Jason Todd war auch von Anfang an talentiert. Er wurde nicht umsonst Robin. Und später bekam dann Bad Girl ja die zusätzliche, ich sag mal, Praxis als Oracle. Und Red Hood wurde dann halt zu Red Hood, also Jason. Und hat da nochmal Erfahrungen gesammelt, in Praxis als auch in Theorie. Auch Gleichstand? Naja. Als nächstes kommt dann Sebastian, Gruß an der Stelle. Ich denke, bei einem Kampf Red Hood gegen Bad Girl würde ich sagen, dass Red Hood die Oberhand hätte. Da er viel Erfahrung hat und Bad Girl es nicht geschafft hat, eine Gruppe zu gründen und Mitglieder dazu zu gewinnen. Das Menschenkenntnis und strategisches Denken voraussetzt, wie Red Hood. Das ist schon so heftig, das stimmt wirklich. Es heißt ja nicht Bad Girls in der Outlaws, es heißt ja Red Hood in der Outlaws. Ich hätte schon mehrmals bewiesen, dass sie so eine Gruppe gründen kann und dass sie solche... Nee, nee. ...und so ein sehr weit strategisches Wissen erlangt. Nee, nee, die war ja wirklich wie jetzt auch Birds of Prey oder Gotham Girls. Sie war immer nur ein Mitglied, aber nie wirklich eine Anführerin. Als Oracle hat die einfach nur Daten weitergegeben, aber ist nicht die angeführt. Doch, das hat sie schon. Soweit ich das weiß, hat sie auch sehr große strategische Wissen erlangt. Da muss ich ihr wirklich widersprechen. Der nächste Kommentar würde ich, denke ich mal, vernichten. Und zwar, hm, Red Hood gegen Bad Girl. Klingt nach einem einfachen Kampf für Jason, da Barbara ja oft eher mittelmäßig im Nahkampf ist. Während Jason mit seiner temperamentvollen Art und seinem leichten Hang zu Gewalt in einem Kampf keine Kompromisse macht. Aber wenn Barbara Zeit hätte, um sich vorzubereiten, könnte sie durch ihre höhere Intelligenz Red Hood leicht austricksen und zum Beispiel in einem Hinterhalt führen. Aber ohne einen solchen Hinterhalt hat sie, wie schon gesagt, keinen Hauch einer Chance. Die Regel des Podcasts besagt ja, die treffen sich spontan und wissen nicht vom anderen. Also Bad Girl trifft auf einen Moment auf den nächsten Red Hood und muss gegen ihn kämpfen. Das heißt, sie konnte sich nicht vorbereiten. Und dadurch, wenn es jetzt zum Nahkampf kommt, ist sie richtig krass am Arsch. Nun, da möchte ich zuerst mal eins anmerken, dass selbst als Oracle, als wo sie noch im Rollstuhl war, konnte sie sich noch von einem ehemaligen FBI-Agenten wehren. Ja, das würde ich sagen, läuft bei dir. Ja, und außerdem hat sie als Oracle sehr viele Schurken und Helden analysiert. Und dabei hat sie ja auch bestimmt auch Batman analysiert, wo der ihn, als er noch Robin war. Aber trotzdem sind es nur seine alten Daten, damals als er Robin war. Er hat ja übertrieben viel dazugelernt, als er zum Red Hood wurde. Ja, aber er kann immer noch zum Beispiel die Daten von Batman nehmen, oder? Aber Red Hood ist nicht gleich Batman, weißt du? Batman ist halt nicht so übertrieben brutal. Man sagt ja, Batman ist einfach durchdachter und dadurch halt stärker. Aber Red Hood, also aka Jason Todd, ist halt brutaler. Also ich würde sagen, ihr Argument ist, dass wenn sie mehr Wissen über ihn hätte, dann könnte sie ihn austricksen. Aber sie hat nicht nur das Wissen von irgendwelchen Schurken, sondern sie hätte als Oracle noch eine ganze Datenbank von verschiedenen Schurken und Helden. Sie könnte vielleicht auf Zeitzeit spielen und dann, zum Beispiel mit ihren Computern während des Kämpfens, vielleicht eine Art Taktik ausdenken, von ihrer Datenbank und dann eine Gegenstrategie entwickeln. Was für ein Computer? Hat die etwa ein Tablet dabei und dreht vor dem Gegenüber und tippt da irgendwas in Google rein, oder was? Ja, alle Batman, sie haben doch solche Gadgets, womit sie da mit Zukunft zu ihren Computern haben. Wenn Red Hood auf einmal anfängt mit ihr zu kämpfen, dann hast du nicht gerade im Kampf die Zeit irgendwie, am Computer irgendwie was zu googeln oder sowas. Und außerdem muss ich noch dazu sagen, dass Oracle noch ein fotografisches Gedächtnis hat, weshalb sie sich auch noch an einiges vielleicht noch erinnern kann. Ja, das schon, das jetzt vielleicht ja Stärke erwähnen soll. Ja, Gleichstand. Und jetzt kommen wir zu unseren Argumentationen. Wie viele Argumente hast du insgesamt? Einige dieser Argumente wurden schon negiert oder so ähnliches schon gesagt. Also, null? Ich habe acht. Acht? Ich werde dich richtig fertig machen jetzt. Du hast jetzt keine Ahnung, du bist jetzt so vergewaltigt, ich glaube mir, du hast nichts anderes übrig, als einfach nur zu blocken. Bad Girl gilt als sensitiver Charakter aus der Bad Family und Jason ist eher wie Batman, eher brutal, sogar eine Stufe höher. Er hat keinen Skrupel und könnte Kätzchen nach sie werfen. Dagegen kannst du nichts sagen. Doch, das ist ein Deadmatch, beide müssen töten, also negiert, weiter. Jason kennt die Schwachpunkte des menschlichen Körpers, da er sich Medizin auseinandergesetzt hat und könnte dabei sie ins Bein schießen und sie dann durch den Rollstuhl bringen oder er schlägt mehrmals einen wie Neji in eine bestimmte Stelle ein, dass sie da das Körperteil nicht mehr bewegen kann, zum Beispiel den Arm oder das Bein. Und wenn er sie dann wieder zum Krüppel macht, liegt er auf dem Boden und er lacht sie aus. Man muss ja unbedingt Medizin studieren, um zu wissen, dass sein Schuss in das Beinste jemanden stark verkrüppelt hat. Ja, aber jetzt nicht nur das. Ich meine, genau wie Batman hat er halt das Wissen, dass wenn er halt eine bestimmte Stelle im Nacken halt zum Beispiel zuschlägt, dass sie dann vielleicht für ein paar Minuten sich nicht bewegen kann. Sowas halt. So ein total spezifisches Wissen. Und woher hat er dann dieses Wissen? Ja, er ist ja um die Welt gereist und hat sich dabei einiges beigebracht. Genau wie Batman. Ja. 1-0 für mich endlich, oder? Ja, ich weiß nicht, ob sie auch solche Technik beherrscht oder nicht. Nicht wirklich. Sie kennt nur die Standardschwachstellen des menschlichen Körpers, aber Jason ist da halt noch ein bisschen weiter. Okay. Jason Todd konnte seine menschlichen Grenzen durch den Jungbrunnen sprengen. Das heißt, er hat eine ähnliche Schmerztoleranz wie Batman oder Punisher. Kombiniert mit einer Widerstandskraft und Ausdauer ist das sehr gefährlich. Und eigentlich kann man ihn sogar als mehr oder weniger Supermenschen zählen. Meine Soße hat sie ihn auch nicht wieder gestärkt. Das ist nur ein ganz kleiner Vorteil. Ja, aber auch wenn er ganz klein ist, musst du erstens trotzdem zugeben, dass Batgirl so krass wie sein kann. Wenn du ihr den Arm bricht, dann liegt er halt auf dem Boden und heult erstmal. Und bei Jason ist das so, dass er durch seine Schmerztoleranz wie Punisher oder Batman mit was weiß ich wie vielen gebrochenen Rippen und Durchblutung als auch Schlürfwunden und sowas und Fleischwunden trotzdem noch weiter kämpfen kann. Ist du dir das sicher? Ja. Das ist gar nicht, als ob du übertreibst. Nein, nein, ich übertreibe ehrlich nicht. Aber was ich meine ist, wenn du Batgirl an den Arm brichst, dann ist sie erstmal kampfunfähig, auch wenn nicht zu lang. Oder sie muss sich erstmal darum kümmern, dass sie mit dem Schmerz klarkommt. Jason Todd kann mit dem Schmerz umgehen. Er hat eine sehr hohe Schmerztoleranz, wie Punisher und Batman. Ja, okay. 2-0. Ja, Punkt für dich. Ich mach dich jetzt richtig fertig. Jason Gilder ist einer der besten H2H-Kämpfer, also im Nahkampf. Und Batgirl hat nur das Basiswissen von Batman, was nur Selbstverteidigung ist. Jason dagegen lernte, wie man tötet. Das mit dem Töten, das stimmt schon, aber dass sie nur das Basiswissen hat, da bin ich mir nicht sicher. Sie hat von Batman eine Grundausbildung bekommen, wie der Robin, und hat sich aus eigener Hand rausgekämpft. Also später dann in Praxis als Batgirl und dann als Oracle. Aber Jason Todd war halt nochmal ein Stück härter. Er ist um die Welt gereist, hat er durch viel Erfahrung dabei gesammelt und hat das Töten perfektioniert. Wie ein Assassine sozusagen. Hast recht. Er weiß schon bereits, was Barbaras Standard-Gadgets sind, genau wie sie von ihnen, zumindest als Robin. Und wenn ihr den Gürtel von ihr trennt, wo auch unter anderem viele Bomben dabei sind oder auch andere Gadgets, dann verliert sie den großen Teil ihrer Gadgets. Bei Brad Todd ist es so ähnlich, wenn man in die Jacke verbrennt oder abnimmt, verliert er auch sehr viele Gadgets. Aber nicht alle, denn er hat selbst noch einen Gürtel und am ganzen Körper sind noch einige Sachen befestigt. Dazu hat er seine Maske, die er auch viele Funktionen vorweg nimmt. Und ich weiß nicht zwar, wo die ganzen Gadgets bei dir sind, aber ich würde sagen, dass die meisten in der Gürtel sind. Aber wenn die Gadgets von der Red Hood nicht in der Jacke sind, wo sind sie dann? In der Jacke, aber ich habe gehört nur ein Drittel oder die Hälfte. Das andere ist am ganzen Körper befestigt. Bei Barbara ist es so, ihr alt Outfit war erst teils ein ganz normales Superhelden-Outfit, dann wiederum wie eine kleine Rüstung. Und das Aktuelle ist wieder wie ein ganz normales Kostüm. Also eher athletisch, beugsam, dünn, dass sie beweglich ist. Und Red Hoods Outfit ist halt mehr so militärisch Rüstung. Und in dieser Rüstung hat er überall am Körper versteckte Waffen. Ich würde sagen, das ist ein Punkt für dich. Nice. Und mein allerletztes Argument wäre, er könnte sie zum Beispiel an den Haaren ziehen, weil längere Haare zu haben im Kampf ist immer irgendwie ein Nachteil. Oder zum Beispiel, was ich total dumm finde, Bertkel hat immer einen Cape. Und er halt nicht. Er könnte zum Beispiel ihren Cape ziehen und sie dann zum Schwanken bringen. Er könnte sie herumschleudern und ihr ein Bein stellen, wodurch sie auf die Fresse wällt. Oder er schleudert sie herum, kickt dabei in den Magen, mit einer Hand zieht er an den Haaren und mit der anderen schlägt er ihr ins Gesicht. Und so lange, bis sie bewusstlos ist. Denn er hat ja keine Skrupel und schlägt auch mal Frauen und Kinder, wenn es ein muss. Ähm, ich glaube, da hast du alles vergessen. Heutzutage kann man diese Capes einfach entfernen. Also wenn er einfach, Bertkel einfach diesen Cape nehmen würde, dann würde sie einfach schnell dieses Cape entfernen und vielleicht seine Sicht damit bedecken und dann selbst ein paar Schläge draufhauen. Jo, das würde ich eigentlich auch schon so sagen. Aber immer noch hast du nichts dagegen zu sagen, die kann ja ihre Haare nicht einfach so abnehmen. Ähm, doch, sie könnte so einfach ein Bett in Rang. Obwohl, da muss man erst mal sagen, dass sie recht kurze Haare hat. Naja, nicht so kurz. Ich würde mal sagen, die hat sogar längere als ich. Und du weißt ja, wie lange meine Haare sind. Ja, aber selbst dann unter könnte sie immer so ein Bett in Rang nehmen und jetzt abschneiden. Also wie damals Sakura in Naruto. Ja, das habe ich auch gedacht. Dass sie auch wirklich auf die Entscheidung kommt, dazu muss ja etwas passiert sein. Das heißt, so oder so würde er es schaffen, einmal zumindest sowas ähnliches zu machen, als danach würde sie sich die Haare abschneiden. Aber einen ersten Schlag würde sie trotzdem kassieren. Meine Ben, worauf ich hinaus will, ist, dass sie, wenn die sich treffen, sie sich direkt sofort die Haare abschneidet. Sie macht das erst mal, sie merkt, dass die Haare ihr stören, also im Kampf. Und das heißt, so oder so würde Red Hood... Das ist gleich so ein ganz kleiner Wort, aber was haben wir das im großen Ganzen? Naja, stell dir vor... Und du denkst dir vor, dass es sie sofort töten, weil es so... Der würde ihn nicht sofort töten, aber stell dir vor, mit seiner Körperkraft und mit seinen Kampftechniken, jetzt mal zum Beispiel, er zieht dann den Hahn mit einer Hand und dann tritt er mit einem Bein ihr irgendwie ins Knie von hinten, so dass sie nach hinten fällt. Wenn man jemand von hinten ins Knie tritt, dann knickt man automatisch ein, das ist Gegenreaktion. In dem Moment, wo sie runterfällt, hat sie den Körper offen. Und dann kann er irgendwie 10, 20 Mal ins Gesicht einschlagen oder zum Beispiel in den Hals, dass sie keine Luft mehr kriegt und dann liegt sie erst einmal auf dem Boden und ist außer Gefecht gesetzt. Sie ist aber auch agil. Wie soll er denn an sie rankommen? Ja, das ist wiederum eine andere Sache. Also ich würde mal sagen, auch das ist wieder... Das kann ich zwar machen, aber du kannst wiederum darauf kontern. Das heißt, der Punkt geht an niemanden in der Runde. So waren das alle deine Punkte. Ja. Willst du jetzt mal endlich kontern? Ich glaube, ich habe noch einen einzigen Punkt, den ich noch erinnert habe, den du, glaube ich, auch eingeführt hast. Oh, sag los. Und zwar Titten-Bodus. Fick dich! Ja. Okay, der Podcast ist endlich vorbei. Es steht 4 zu 1 und ich habe gewonnen, war mir aber irgendwie persönlich klar. Ich bedanke mich bei dir, dass du die Vergewaltigung auf dich genommen hast und damit sehen, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und für erstes war es das Mal mit der Bad Family. Hm, was ist das für ein Gerät auf dem Tisch? Es könnte sich über eine Bombe handeln. Oder auch einen Kuchen. Ein Bombenkuchen-Diplom. Was hat sich Bruce Wayne dabei gedacht? Es ist nur einer aus dieser Stunde der Not helfen kann. Peder, Bär, Mann, Mensch.